Und damit hallo und dazu kommt zum neuen Video. Heute zeige ich dir mal, wie man die SD-Karte von Luma oder von einem 3DS mit einer Luma Installation verändern kann, so dass man zum Beispiel, wenn man nur eine 4GB SD-Karte zur Installation von Luma benutzt hat, dann später auf eine 16GB oder 32GB SD-Karte aktualisieren kann. Und dass ich das Ganze hier beantworte, auch wenn das wahrscheinlich ein ziemlich kurzes Video wird, kommt nicht von irgendwo her, denn es wurde sich sogar von mindestens 4 Leuten gefragt, und zwar von Franz Skrökur, Brauner Marok, Bobjo und Spy. Und wenn du einen E-Monant hast, dann ist das Ganze noch ein bisschen umständlicher, das zeige ich in dem Video hier nicht, aber heutzutage sollten eigentlich die meisten Leute keinen E-Monant mehr benutzen. Außerdem bei SD-Karten von über 32GB muss man bedenken, dass die bei Windows nicht in FAT32 formatiert werden können. Das heißt, man braucht dafür eine externe Software. Also es geht aber noch mit einer externe Software, die man sich weiter runterladen, die man sich dann noch externe runterladen muss, aber darauf kann ich auch nicht eingehen. Also dieses Tutorial gilt so eigentlich nur für microSD-Karten mit bis zu 32GB. Also ich habe hier erstmal die SD-Karte, wo das Ganze dann drauf soll, und die SD-Karte, wo schon drauf ist. Und die SD-Karte, wo das Ganze raus soll, können wir erstmal formatieren. Dann sollte hier eben FAT32 drunter stehen. Der Rest kann eigentlich so bleiben, normalerweise. Dann kann man auf Start und OK da gehen. Nochmal auf OK und aufschließen. Und dann können wir einfach die ganzen Daten von der alten SD-Karte markieren und sie auf die neue SD-Karte kopieren. Das Ganze kann natürlich je nachdem, was man dann schon alles über den Spielen hat, etwas länger dauern. Aber das war es eigentlich auch schon mit dem Tutorial. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich glaube, jetzt wie das zu Ende kopiert wird, muss man es noch nicht sehen. Am Ende sollte man noch bedenken, die SD-Karte sicher auszuwerfen. Aber dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao Kakao!